Scheint mir vorhin nicht mehr. Stimmt doch nicht. Ich kann sowas auch nicht mehr mobilisieren. Heute mit dabei ist mal wieder hier ähm Der Flutterfighter Der ist schon lange nicht mehr dabei gewesen. Flutterlater! Flutter! Oh, der Raum ist auch mal auf. Ach Gott die Tür fährt hier rauf. Da kommen wir jetzt mal etwas schneller hier. Dann haben wir noch dabei Fizzy. Hi! Ehhh... 1 Aka Jvonne haben wir. Da ist schon ein Beam. Alles klar. Ja, Porni! Dann mach ich einfach mal schneller weiter, den DarkyDude19 haben wir dabei, Teddy Gun haben wir dabei und den Doggy, D.B. haben wir dabei. Mein Name ist Atromix und falls es noch nicht passiert ist, dürft ihr euch jetzt übern Haufen schießen. Viel Spaß dabei. Ich würd's nicht wundern, wenn ich nie... Oh! Einer. Ah! Ja. Fizzy, das hüpft mir etwas! Ja. Wey! Ich hab mich in dem Moment umgedreht und einfach nur geschossen, ich hoffe, dass ich die richtige Person... Ich hab einfach nur einen Schuss gehört und bin zurückgelaufen und auf einmal packst du den dickes Roller aus. Was macht's wohl? Was ist denn das Ding? Black. Genau, Lemon Launcher. Melon Launcher! Lemon Launcher! Lemon Launcher! Lemon Launcher! Würde voll Damage machen wahrscheinlich. Wer ist das? Ah, das ist sauer. Fizzy, die haben wir aber schon erschossen. So, erstmal wieder aufgeheilt. Aufgeheilt, ja genau. Er ist gleich aufgeheilt. Nein, er hat sich aufgeheilt. Alles klar. Ha, ja, ich... Stevie hat sich aufgeheilt. Ha, 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 ha! Ey, sag das! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Mit Doggy aufgeheilt. Ja, ja, jetzt komm mal los. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ja, deswegen liebe ich das Lied ja so, damit ich mich drauf abgehe... Okay, das... Oh mein Gott! Das entwickelt sich gerade falsch, okay? Ich sag nichts mehr. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oh, scheiße, Alter! Warte mal, was hast du gerade gesagt? Stevie, ist der Pizza, Junge? Pizza? Wo? Pizza? 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 Hier ist ein Melendor. Nichts hört er aus, wenn's ums Fressen geht. Ha, 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 ha! Lehrer Melendor. So sieht er auch aus. So, okay. Teddy! Komm her, du wirst sofort umgebracht! Ich hab Teddy gefunden. Wirst du, Teddy gefunden? Er war innocent. Ich hab... 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 Ich würde ihn umbringen, aber ich hab ihn ja nicht... Also bin ich Dete. Ha, ha, ha! Du bist Dete. Das war dein Glück. Äh, gut. Aber komm, bring doch den Dete um! Ja, okay. Komm her! Nein, Quatsch. Warte mal, mit was wurde er denn umgebracht? Wo ist geschossen worden? Ich sehe niemanden. Weil Atro ist gerade gekillt worden, aber ich weiß nicht von wo! Also ich leb auch noch, aber ich war's nicht. Wer lebt denn sonst noch? Hier ist nämlich der tote Atro! Es ist Dark. Warum? Ja, aber die Frage ist, wo? Die Leute, die noch leben. Wüssten du. Flatterdark und ich leben noch und ich bin safe nicht. Boah, wollt ihr wissen eigentlich, dass wir nur noch leben? Weil man das sieht, weil alle anderen sind identifiziert worden. Drück mal Tap. Ah, verdammt. Hört doch auf, die Leute zu identifizieren. Das macht doch alles keinen Sinn, Leute. Ach, das macht keinen Sinn, okay? Nein, das macht keinen Sinn. Nein. Nein, mach das nicht. Sag mal Flatter, weißt du denn, wo der ist? Nein, ich sehe ihn nicht. Warum wollt ihr das denn? Kann mal einer seinen Stream gucken und mir mal das verraten? Nein, könnt ihr nicht, weil ihr meinen Steam-Namen nicht wisst. Äh, dein Steam-Name? Mein Stream. Okay, sag mal meinen Twitch-Namen. Jawoll. Okay. Ihr mögt das ja komplett anders, was ich hier kenne. Wobei, jetzt nicht mehr. Ich sehe den nirgendwo. Ich auch nicht. Gibt es hier einen neuen Traitor-Raum, wenn der alte zu ist? Keine Ahnung, ich kenne die Map so in dieser Version nicht. Ich auch nicht. Ich bin seit gefühlt zehn Jahren mal wieder TTT. Na bitte, mal wieder Zeit für dich. Ich gehe jetzt mal ins Wasser. Overtime. Ja, ja. Ja, es sind ja auch ein paar Leute ins Toad, nicht? Sicher. Da ist Flatter. Okay, hier ist auch ein Raum, den kenne ich noch nicht. Ich habe einen Schuss bekommen. Ich habe einen Schuss bekommen. Ich weiß noch nicht von wo. Okay. Ah! Fuck! Ich habe den Schuss gehört an der Tür. Ich warte. Du musst ja kommen. Du weißt, komm ins Privatsache. Okay! Fuck! Boah! Alter, einer, einer macht die alle weg. Ich habe sogar die Golden Eagle und kicke ihn damit nicht tot. Ich dachte im ersten Moment, warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich dachte im ersten Moment, der DT hat auch die Chance mit seiner Golden Eagle. Okay. Aber warum bin ich jetzt gestorben? Weil ich wusste ja, dass ich Inno war. Dann wäre ich ja gestorben, Atro. Echt? Deswegen, das hat mich voll von... Ey. Das war ein Wunder. Bis ich dann gesehen habe, dass Dark hinter dir stand. Ich glaube, er hat sogar auf dich gezielt. Nur du stand nur im Weg. Der hat sich immer schnell beeilt. Erst die eine Tür auf, dann die andere Tür auf. Na, hab ich halt mal aufgeraunt hier. Na, dann lass mal loslegen. Ja, war richtig, Jura. Ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt sterbe. Ach, komm her, wo bist du? Ich war da? Ich bin als erstes vor ihm gestorben. Ich glaube, ich wurde schon tot. Das wäre jetzt witzig, wenn das sogar stimmen würde. Der Hals wird immer schlimmer. Ich war es nicht. Ich halte mich. Dann rede nicht so viel. Ja, das ist schlecht in diesem Spiel. Ja, das ist... Bist du etwa krank, oder was ist los? Nee, das hat sich jetzt heute Abend erst so eingeschlichen. Also... So an! So mit so einem leichten Stimmüberschlag angeschlichen. Wird immer schlimmer, ja. Hallo. Und dann streamst du auch noch. Ja, geh, geh. Nee, das kommt erst seit ein paar Minuten. Wie sich die Stimme immer mehr überschlägt, alter. Wie sich die Stimme immer mehr überschlägt, alter. Das ist wahrscheinlich, ne, seitdem... Ach nee, warte mal. Sein Garrys Mod ist ja nicht abgestürzt. Nein. Boah. Hast du immer was gedruckt, oder so? Ich bin ja die ganze Zeit am Saufen. Okay, dann bist du erst. Ach, du sollst ja Wasser trinken und nicht saufen, ne. Also... Trau dir nicht. Das ist ein Unterschied, ne? Pssst. Also mach dir am besten mal einen heißen Zee mit Zitrone. So mitten in der Aufnahme, ne? Das ist immer wieder ein, oder nicht, oder? Ein Lemon Launcher. Pools closed. Pool ist geschlossen, Leute. Also gibt es immer noch diese Traitor-Fallity, aber wer weiß, wo ihr so... Dieser Traitor-Raum... Woher der jetzt steckt. Ich hab grad ne Leiche, ne, mit einem Sternraum. Ich weiß nicht, wo der Traum ist. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo man rauskommt, aber... Ich weiß noch, wie man reinkommt. Aber, ey! Früher war das hier so braun, jetzt ist es so blau, okay? Ja. Euloi. Ja, wir spielen immer mal hier da hinten ab. Ich dachte, er tanzt grad bap bap. Wir spielen übrigens ne neue Version der Map. Das habt ihr nämlich noch gar nicht erwähnt. Ach ja, genau, das ist ne neue Version der Map. Ja, das ist ne neue Version der Map. Hallo, Yvonne. Hallo. Wie meine? Ich hab nichts. Ja, ich trau dir trotzdem nicht, wenn du mich so anstrahlst. Ja. Ich hier auch nicht. Ich mach mal die Scheiben kaputt. Ich wollt grad sagen, da ist was kaputt gegangen. Ja, die schießt auf ne Wand. Das hat schon ne Löcher. Also jetzt. Wo? Was war das? Alter. Ich. Da wurde grad jemand gekillt. Ich. Ich hab auf dem Boden geklappt. Aber wenn ich dieses komische Schild erklärt hab, dann kann ich nicht sehen, wer ist. Ich habe gehört, dass da jemand gestorben ist. Ich weiß noch nicht wo. Hä? Hi. 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 Ich drehe hier in die Ecke. Geh weg. Geh weg. Von drinnen aus dem. Oh. Daddy. Le- Regt noch alles. Daddy ist. Dings. Da. Wo ist das zufass? Seh'n mich Lata Kann treffen, wenn du schon von hinten nehmen willst Ich bin nicht schon von hinten nehmen Du musst dich nicht treffen Das ist ja langweilig Hey WTF Du siehst Ja, Alter Du siehst Du siehst echt Vor allem erhält sie wieder nur mit einer Hand Ich musste mir das echt verkneifen, den Song nicht abzuspielen, Leute Will ich's wissen welchen? Nein, gut Aber du sahst echt nur den Namen die ganze Zeit so Hüpf, hüpf, hüpf Aber das ist doch voll fies gewesen, Teddy Deiner Shotgun ist durch mein Schild durchgegangen Ich hab's gemerkt Einfach nur weil Ich hab mich davor gestellt und war direkt tot Ja, ich hatte das Schild an Teddy hat Yvonne umgebracht Und In dem Moment hab ich halt auf ihn geschossen Und hab das Schild aber angelassen Weil er kann mir dann ja eigentlich nichts Wenn er dagegen schießt, dann schießt er dagegen Sollte eigentlich nicht Ich weiß, dass du das mal alles getestet haben Ja, allerdings Hat er mich dadurch umgebracht Weil er diese komische Shotgun-Sniper hatte Ach, die diese Schrottreifung oder wie sie sich auch immer Vielleicht war ich ja in mir drinnen Also in deinem Schild drin Nein, das Die Mündung von der Von der Sniper ist ja weiter vorne Wenn du vor mir stehst Als bei einer normalen Shotgun Dann war ich hinter dem Schild wahrscheinlich schon Und dementsprechend war die Waffe hinter dem Schild Aber ich hab dich noch so schön gesehen in dem Moment, Teddy Der hat doch heiße Schrottreifung oder so Ich weiß jetzt gar nicht Ich wusste nicht was machen, das ging gar nichts mehr Boah Man Alter Hast du jetzt gerade auf mich geschossen? Der Ernst? Wenn ich auf dich geschossen hätte, wärst du torrot Nee, dann hätt ich Schaden genommen Nee, wärst du tot Ja, bei den zwei, drei Schüssen, die du abgegeben hast, wär ich nicht tot gewesen Ja, ich hätte, wenn ich dich töten wollte Und das eigentlich auch als innocent noch machen Ah, alter Schwede Nein! Jo, Teddy ist äh Gerade von der Von dem Dings gesprungen Lebst du noch? Hi, Ivan Hi Es geht Ja, ich bin abgeschossen Ja, ich hab's gerade gesehen Ja, ich hab's gerade gesehen Also, ich war's nicht Warum dreht Teddy meine Leiche denn? Ich war bei Yvonne, war ich Ich hab doch gerade gesehen, wie Teddy hier runter gesprungen ist Und nebenbei, meine Waffe Ist ein bisschen laut dafür Also, ich find Teddy nicht Aber er ist so viel von dem Metallbarren hier runter gesprungen Alter, was ist denn hier los? Ey Die Karawane zieht weiter What the fuck? Alter, was ist denn hier los? Guten Tag Ich geh da mal lieber weg, das ist mir zu viel Ach, da komm, da ist der Frosch Da ist der Frosch Okay Was ist das? Hi Frosch Wer ist da? Ach der Frosch Das ist das Problem Heißt die wie, mal ist die wie Was damit? Alter, jedes Mal wenn wir uns entgegenlaufen ne Ich weiß, du dürf nicht reden Aber meine Leiche treibt in so'n Kreis um Die ist so scheiß ganze da rum Wo ist der? Wo ist die Leiche? Ich will sie mal sehen Stell euch auf die Brücke Auf die Brücke wo du da bist Oh Mann Oder so Die treibt hier in diesem Kreis rum Ich seh den nirgendwo? Hier, die kommt gleich über die Brücke Die mit dem Gitter Da kommt die gleich unten drunter ja Es ist so geil Andere Seite Da ist sie Die treibt die ganze Zeit im Kreis rum Warte mal Erstmal kurz Identifizieren So Ja gut, hier ist aber auch ne Strömung Wo denn? Wenn du mal genau guckst Teddy Ich werd mitgezogen Hier ist ne Strömung Das ist so geil Machst du mit Yvonne? Ah, ist interessant Komm wir schwimmen jetzt mal mit Du liegst aber auch sehr bequem dabei Das muss dir ja Spaß machen Aua Sag 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 gut Hab ihn Ich wurde angeschossen Jetzt versuch ich erstmal aus der Strömung Nein, ich will aus der Strömung Strömung Ström Der schwimmende Teddy Ist denn? Ich hab die Leiche immer noch nicht gefunden Ernsthaft? Nein Ich bin da jetzt ne Zeit lang jetzt hier rumgeschossen Ja da unten lieg schwimmte doch Strömung Wo bist du denn? Geh mal auf die Brücke hier mit dem Gitter Ach da auf die Brücke mit dem Gitter Ja Ach da Ja und die schwippt da in diesem Strudel mit Hallo Teddy Die schwippt in diesem Willi Teddy Da ist wirklich so ein Strudel und der geht einmal konten Blät rundrum Und der treibt die ganze Zeit hier im Kreis Ja Null Guck mal jetzt ist er hier Äh Dings äh Atto Läuft vorbei Teddy hat sich nicht mehr eingekriegt Teddy kriegt sich einfach nicht mehr ein Deswegen hab ich die Altenwett davon schon gehasst Jetzt treiben da schon zwei Leiche Ja Ja Aber damit ist safe wie man den Part nennen kann Oder Teddy Und weil man sich hier als Traitor ja irgendwie nur eine Sache kaufen kann Weil ich hab danach irgendwie nie wieder credit Ich konz mir mal zwei Sachen holen Ich hab mir grade äh nur die äh Äh wie heißt denn das Ding Die komische Granate Gekauft Ich kann mir eigentlich auch zwei Sachen holen Ne die 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 äh Wenn du äh gestorben bist die dann Ja die ist teuer Ach die Märtyrer Ja Ja aber normalerweise kannst du dir die kaufen und mindestens das Radar oder so Aber das Radar konnte ich mir dann nicht mehr kaufen Und nachdem ich euch alle dann umgebracht hatte Hatte ich immer noch keine Credits Ja die Credits müssen vielleicht immer überarbeitet werden Obwohl das oben rechts Das ist ja das komische Dark hat zum Beispiel Ich weiß gar nicht wen Dark umgebracht hat Wissi Ne äh du hast irgendwen umgebracht Ach Wissi ist schon wieder am hüpfen Komm hier Ui Ui Ne ich hab keinen gekillt Diese Runde nicht Doch in dem Moment wo äh Flatter und ähm Fisi das gesehen haben Das war das Radar Sie war ja aber nicht tot Ja die war nicht tot Sie war nicht tot Hast du nicht Yvonne getötet? Ich hab keinen gekillt letzte Runde Nein Nein Ich bin da rumgelaufen Aber auf jeden Fall nachdem ich äh Meinen Schatz getötet habe Hab ich oben rechts eigentlich gelesen Dass ich einen Credit gekriegt habe Und davon kann ich mir das leider kaufen Aber als ich geguckt hab war alles ausgegraut Ich konnte nichts machen Das war das komische Deswegen hab ich Flatter nicht gesehen Ich hab nämlich eigentlich Damit verstecken wollen Dass ich Teddys Leiche gesucht hab Weil die hab ich schon dreimal gesehen hab Oh Wissi Ui Ui Alter Ja und ich hab nur geguckt so Wer 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 Verhält sich verdächtig Huiiii Ja auf dem Campers Wollen wir in die Strömung Ernst Jetzt schwimmt ihr da? Ab sofort jeder der da oben ist Ist für mich suspekt ne Auf den Schiesel Ist der jetzt gerade? Flatter steht auf die Wand Ich glaube Flatter hat gerade einer an der Waffel Was hat der öfters? Ja ich weiß Ich wollte es nur erwähnen Für die die ihn nicht so gut kennen Hu Stevi Ich hab noch nicht einen von euch gesehen Äh wer von euch beiden hat jetzt geschossen? Stevi Na Stevi tot Gut Gut Na die ist noch anders dran Hier ist noch ne Leiche Mhm Da die Gang Und da ist noch ne Leiche Flatter Ok Yvonne Das war anscheinend Gravenate Alter Ich war im Traitor Shop und wusste nicht dass da direkt noch jemand aufkreuzt MAAAAN Was meinst du? Ich mich versteckt hatte Ich dachte Aber warte mal Mir fällt grad auf Schatz Wie bist du denn jetzt auf Yvonne gekommen? Weil Dark ist auch noch am Leben Weil Yvonne hier gerade hier stand Sie hatte was geworfen Ich hab mir auch so gesagt Das war viel zu Und dann ist es zu dir gegangen Und dann kam der Gravenate Sound Ja Das kann denn Yvonne gewesen sein Und ich sag noch so Das war viel zu auffällig Das war viel zu auffällig gewesen Ja ich hab die Gravenate gar nicht gesehen Ich hab nur den Sound Das ist wegen Also ich hab gesehen wie Wonsi geworfen hab Und danach kommt der Gravenate Sound Also das Dann ist das ein Glück Oh natürlich Dann nimmt die Ampil fertig Danke Also ich mein wenn das ein später schafft Gleichzeitig zu schreiben Wenn jemand anderes ne Nate wirft Also der nur Respekt Na gut Na gut Na gut Scheintere Autsch Wer war das? Wer hat die Insti geworfen? 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 Ich weiß nicht ich bin schon wieder bei ihm Wer hat eine Insti geworfen? Ich bin ganz woanders Ja mein Schatz Ja ja Wahrscheinlich war das wieder Stevie hier ne? Stevie 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 Wie er sich sofort umdreht und weiß dass ich hinter ihm stehe Ja weil du meinen Namen gesagt hast Was? Ich weiß doch nicht Das hab ich ja eigentlich nur so gesagt Weil du ja derjenige bist der immer ne Insti am Anfang wirft Du standest dabei hinter mir Also so blöd bin ich nun auch wieder nicht Ja so ganz ehrlich Ja Ich hätte auch von dir weglaufen können Ja 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 Ähm Warum das hat anders aussieht weiß ich nicht Kann ich ja nicht sagen Vielleicht weil ich es auf Deutsch gestellt habe Was ist ernsthaft? Das hat sieht anders aus weil wir es über den Workshop so eingegeben haben Steht bei dir etwa Ja stimmt es kommt vom Server Es kommt vom Server Steht bei dir unten nicht Innocent Sondern Unschuldiger Oder Verräter Ja ich weiß nicht Das hab ich so aus Reflex umgestellt Ich weiß nicht warum Bei mir steht Ich glaub damals noch wegen meiner Freundin Weil die ab und zu mal mit gespielt hat Von Stevie Und hab's dann noch nie zurückgestellt Wenn ich tot bin ist einer von dir beiden Entferne mich von euch Wenn beide tot sind bist du gut Also ich hab das mal ne Zeit lang was Spaß gemacht Stark Mal auf Deutsch gestellt Auf alle anderen möglichen Sprachen die es halt noch so gibt Einfach mal so zwischendurch Spaß Weißt du Fehler hast du wenn du auf Chinesisch spielst Und ich weiß nicht mehr wie du in die Einstellung kommst Dann läuft es richtig gut Dann läuft es richtig gut Ne es gibt ja auch das Borg Da steht dann immer nur Borg 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 Also entweder bin ich Borg oder Borg Aber ich kann es nicht Ich weiß nicht Heiflatter Den Spaß mache ich nicht Ich bin Borg Ich bin Borg Also ich bin Borg Und ich hab die Waffe Borg Ähm ich bin da mal im Borg Shop Oder im Borg Raum Wir spielen auf der Map Borg Leute Wir schreiben mal Yvonne raus Wir spielen das Spiel Borg Wo ist das heute warum wir raus Entschuldigung Teddy Alter Da wo der Alter ist Ich hab nicht getroffen ok Da ist doch nichts Aber warte mal man kann doch auch aufm Klo rauskommen oder Ja man kann Ja Yvonne ist aber auch immer wenn ich in den Schmelterraum gegangen Ja ja man kann Man kann bei den Kabinen rauskommen und vorne am Eingang In diesem Tickethaus Welche Kabine das war weiß ich nicht mehr Äh das ist die Kabine Iiiiine Na ich glaub die ist schon draußen Ne das ist Stevie Das bin nur ich Äh Kabine Warte ich hab hier grad wen gesehen Puls Klaus Sie ist noch drin Ja sonst hättest du mich nicht schließen können Ja noch aber wie lange Das ist die Frage Das ist die Frage Noch 5 Minuten Nur noch 5 Minuten Komm dann Iiii was Iiii Was ist versprochen Iiii 5 Minuten Komm ich Was ist los du? Aaaaaaah Was du wirklich verdammt im Flatter das wollen wir nicht wissen Aaaaaaah 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 Auf mich wurde grade geschossen Schatz Nicht von mir Ich hab ne Nägel das würdest du hören Ja aber hast du das gehört Das hast du doch gehört Ich hab ihn übern getötet Ja Ok nice Confirm Ja ich Ich hab's durch den Zaun geschossen Ich muss erst mal holen Wer ist da oben Wer ist da oben Ich bin das Der Deter Der Dreckige Deter ist da oben Scheiß Camper Dreckige Dan Dreckige Dan Du Camper Schwein Wissen denn Wo hab ich sie denn gesehen Da liegt sie Jupp Ja Dort ist sie Dort Dort ist sie Dort Ich will keine Shotgun Rifle Ich will keine Shotgun Rifle Geh weg damit Geh weg mit diesem Drecksding Wer ist hinter mir her gelaufen Wer ist hinter mir her gelaufen Hi Warum rennst du mir eigentlich ständig hinterher? Die erste Person die ich sehe die bist du Haha Fuck Solltest du jeden Morgen wenn du aufwachst Ja das ist mir schon klar aber in TTT find ich das nicht so toll Weil zu 99 You're playing Irrenrudel TTT Surfer Enjoy your stay Haha Okay Ready? Ja Hat er schon Stevie so verfolgt? Was? Noll Also Flatter ist safe Ja ich hab grad einfach so wild geschossen Definitiv Das hat mich jetzt gerade voll irritiert Ich wollte gerade fast auf Stevie schießen Nachdem ich gesehen hab das auch eine andere Waffe war Da hab ich es dann doch nicht gemacht Haha Ich dachte im ersten Moment Der hat auf uns geschossen Warum hast du es nicht gemacht? Den vermisst du meistens Fliege die Leiche mal hier hin Flatter wo schießt du hin? Das weiß ich auch nicht Flatter ist safe Der hat ja Evon um mich Ja aber trotzdem Ich seh wie er am schießen ist Na du Ja für Stevie ist er nicht safe Weil Stevie doch Traitor ist Dann kill mich doch Komm Ich hab grad Leichensack Dann kill mich doch Äh Flatter schießt grad auf mich Ne warte mal Flatter hat irgendwie getötet Was? Ne Ne das ist Evon Ich hab die da nur hingelegt Damit die Ich schießen wieder ja ich hab's gerade eures gesehen Das ist Evon sorry Was machst du? Was machst du? Was machst du he? Die schießen Ohhhh Stevie das sah jetzt gerade mega creepy aus Wieso ich hab da nur so geguckt? Ne du bist da vorgelaufen Pass auf Stell dich mal hier hin Und jetzt guck mal in meine Richtung Alter ich dachte mir ist du meinst du hast irgendeinen Traitor veraktiviert Weil du es hier so langläufst Das ist ja komische Wasserfall Wow! Leben denn noch alle? Ich lebe noch. Wir leben, glaube ich, noch fast alle, so wie es aussieht. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? Overtail. Da fällt doch irgendwie keiner mehr drauf rein. Das ist genauso, wie was steht denn unten und so ein Kram. Ja, ja. Ach so. Geht doch gar nicht weiter. Da haben wir den Frosch. Hinter dir ist Dark, Vorsicht. Dark! Okay, anscheinend Dark. Dark ist anscheinend, ja. Ich würde mal sagen Dark. Jetzt habe ich es geschafft, den Frosch zu töten. Mit zwei Helfen. Habe ich die Cam nicht an? Gut. Damit haben wir dann unseren Schwimmausflug im Doggy-Style heute erledigt. Weiter geht's dann, keine Ahnung, mit irgendeiner anderen Map. Werdet ihr dann sehen. Genau. Alles. Bis zum nächsten Mal sage ich unschau, ne? Ciao und so, ne? Ciao und so, ne? Das war's.